Moin Leute und ganz herzlich willkommen. Ihr seht schon was Faser ist, ganz anders als ich das erwartet habe, sind tatsächlich jetzt schon alle Teile für den neuen Flugsimulator-Gaming-PC angekommen. Das heißt, wir können das Ding auch jetzt schon zusammenwerkeln. Ich habe jetzt ein Motherboard, ich habe eine Grafikkarte, einen Prozessor, Arbeitsspeicher, ich habe so ein paar Lüfter gekauft, eine Wasserkühlung ist dabei, ein Netzteil und ein Gehäuse, wo man das alles reinschrauben kann. Und das sollte erst einmal ausreichen, um daraus einen funktionierenden Computer zu bauen. Das bedeutet, den schon lange angekündigten PC-Zusammenbau-Livestream wird es auch heute schon geben und zwar ab 16 Uhr hier auf dem Kanal und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Dabei muss ich noch dazu sagen, dass dieses ganze PC-Zusammenbau-Thema für mich natürlich noch absolut neu ist. Ich habe noch nie einen PC zusammengebaut und bin ganz einfach mal gespannt, wie das vor allem im Livestream werden wird, aber ich dachte, wir probieren das einfach mal aus. Das heißt, wenn ihr einen professionellen PC-Zusammenbau-Stream erwartet, wo jemand in einer Stunde so ein ganzes Ding zusammenwerkelt und das läuft dann auch alles ohne Probleme, dann kann ich euch wahrscheinlich nicht das bieten, was ihr haben wollt. Aber wenn ihr ein bisschen Spaß daran habt, zu sehen, wie ich aus diesen ganzen Teilen versuche, einen funktionierenden Gaming-PC zusammenzubauen, dann seid ihr da wahrscheinlich gar nicht so falsch. Ich freue mich auf jeden Fall extrem darauf und bin, wie gesagt, extrem gespannt, was daraus werden wird, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber gut, das sehen wir dann heute Abend. Ich freue mich über jeden von euch, der mit dabei ist und dann hoffentlich bis später.